Wow, also gestern war ich wirklich sehr kaputt gewesen nach dem Tag. Aber ich bin so froh, dass ich teilgenommen habe. Auch wenn ich weiss, ich bin noch nicht gerade bereit für ein Stage oder irgendetwas. Aber ich konnte wirklich so viel mitnehmen, wo ich jetzt auch in meinem beruflichen Umfeld, für Workshops moderieren, für Eventen, die ich vom Geschäft aus moderieren kann, mitnehmen. Und ja, es ist mega wertvoll, alle deine Sachen, die du schon erlebt hast, wo du in diesen vielen Jahren alles, dein Rucksackli gepackt hast, dass du uns das weitergegeben hast.